Gute Nachrichten für Fans von Borussia Mönchengladbach Trainer Gerardo Sioane gab bekannt, dass die Verteidiger Maximilian Wöber und K. Itakura zur Verstärkung der Innenverteidigung des Teams zur Verfügung stehen. Beide Spieler sind nach krankheitsbedingten und internationalen Verpflichtungen zurückgekehrt und nun bereit, das Feld zu betreten. Sioane betonte, dass die Integration von Wöber und Itakura in den nächsten Spielen für Gladbach Priorität habe. Konkrete Details zum Einsatz der beiden gegen Darmstadt nannte er zwar nicht, zeigte sich aber zuversichtlich in die Leistungsfähigkeit der beiden. Er betonte, dass es zwar immer noch Bedenken hinsichtlich ihrer Fitness gäbe, die gesamten 90 Minuten zu spielen, beide Spieler jedoch in guter Verfassung und bereit seien, ihren Beitrag zu leisten. Itakura, der Japan kürzlich beim Asien Cup vertrat, schien nach seiner Rückkehr zum Training wieder im Spiel zu sein. Sioane wies auch darauf hin, dass der von einem Infekt genesene Wöber seit zwei Wochen mit der Mannschaft trainiere und wieder wettkampfbereit sei. Trotz einer leichten Verletzung, von der Itakura zuvor betroffen war, betonte Sioane, dass die Fitness des Spielers ausgezeichnet sei, was eine großartige Nachricht für das Team sei. Auch wenn Wöber und Itakura gegen Darmstadt nicht in der Startelf stehen, verleihen sie dem Gladbacher Kader durch ihre Präsenz im Team wichtige Tiefe und Qualität. Sioane betonte die Bedeutung beider Spieler und ihren Beitrag zur Mannschaft und wies darauf hin, dass sie für den zukünftigen Erfolg des Vereins von grundlegender Bedeutung sein werden. Jetzt ist es an der Zeit, dass Fans ihre Meinung äußern. Freust du dich auf die Rückkehr von Wöber und Itakura? Welchen Einfluss werden sie ihrer Meinung nach auf die Leistung von Borussia Mönchengladbach in den kommenden Spielen haben? Teilen sie ihre Erwartungen mit und unterstützen sie unser Team auf einer weiteren spannenden Reise.